Allen... Halldechen... Ach, klingt das schon wieder jemand warum das denn center war immer recht solide das ist schön es ist immerhin kriegen es wird die ganze zeit gebannt und zeus kommt durch das ist so ärgerlich gut dass die offline dann als zweites und drittes pickt nicht die mitte aber hey ja 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 was Da kann ich öfter reingehen. Zumindest war so der Plan. Das Safeline wird Sven sein? Sven, which doctor? Ich muss eh loswerden. Noch viel zu viel Kohle, als dass ich die... Was haben wir denn? Physisch, magisch, physisch, physisch, magisch. Hm. Sun Duration. In zwei Sekunden. Oh shit, 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 shit. Oh shit. Was kommt da raus? Sieht gut aus. Oh Gott. Gott, der hat so einen starken Rightklick in den ersten zwei Leveln. Sieht gut aus. 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 Ich kann das Lachen noch vergehen, wenn ich gleich auf Level zwei bin. Oder vier. Nein, drei. Ich bin jetzt nur noch auf Aura. Ich bin jetzt nur noch auf Aura. Ich bin jetzt nur noch auf Aura. Ach, ja. Wann du nicht Glück mit deiner Lane hast. So ich gehe. Okay, er hat mich angegriffen, aber ich müsste ihn eigentlich gekillt haben. Das ist schon tankig genug. Verdammt. Meine Boots. Und ich bin tot. Mein Name shall live on. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich hab mal die Boots. Oh mein, er kommt doch erst aus der Mitte der Kugel, was geht denn jetzt? Ich bin tot. 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 Zwei Stunzen. Und dann einfach zu gut. Ich werde die Kacke immer wieder kombinieren. Ich bin tot. 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 Du gehst da nicht rein, Junge. Warum? Ich bin tot. Was war heute in der Mitte? Ja, dann hilft mir einer. Ich kann nicht die ganze Zeit unterm scheiß Tower stehen. Ich brauch meine fucking Items. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt kann man langsam anfangen. Junge, Junge, Junge. Ich bin noch auf Anfall bei dem Mist. Jetzt auf einmal, ja. Ah. 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 Okay, da ist es zum nächsten Mal. Ah, haben sie schon. Oh. Oh, Christchatz. So, jetzt kann ich gehen. Oh mein Gott. Ah, jetzt hier, sie verfolgt Viper, okay. Ah, Viper tot, schön. So, jetzt brauche ich nur noch 1100 und dann klappt das. Das hat ja den Blink. Oh mein Gott. Es kommt wieder, 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 wieder. Oh mein Gott. Ah, 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 ah. Galloping. Dominating. Halt. By horn and hoof. So. So, die nächste Wave müsste eigentlich... Ich weiß, sicher, ich gehe einen Umweg. Gut, dann brauche ich jetzt Vanguard und danach eine Pipe und... Your Middle Tower ist unter attack. Unlucky find. Ja. Ah. Guck mal drauf. Ah, schön. Und da ist ein Viper. Oh. Ah. 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 Downward strike. Trembling, Borg. Ich bräuchte einen Octarin-Core. Ah. Bones to crush. Shadow. Guck. Guck. Junge, 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 Junge. Noch was werden. Warte, mit dem Push nicht weit. Es muss sich lernen, um sich zu retten zu retten. Ja. Oh mein Gott, deine Top Tower ist verletzt. Killing Spreng! Killing Spreng! Double kill! F**k! 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 BOOM! SPACE! KILL! DUBBLE KILL! Ja. Das ist ein Zeitpunkt. Woah! Look at him go! Niktar taking damage. Sigh. Sigh. Das ist ein Klopter. My work is far from over. Sigh. Killing pace. Hm. Die Stompete nicht benutzt zum Weglaufen. Sondern wir einfach nur T-Pete. Hätte sich das ganze geregelt. Oh. Die Stompete nicht benutzt. Mh, 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 mh. Okay. Mal wieder zum Farmen über, bis ich die Pipe hab, um... ...Markchen Damage abzuwenden. ...Mh, mh, mh. ...Bones to crush. RAAAGH! Your middle tower has been destroyed. Yes. Mh, 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 mh. Nice. ...Steel and strength. Galloping. So. Ah. Hallo, kreist immer an. Ah, for fuck's sake. Oh, ihr bleibt sauer. Ah, find ich auch ganz witzig. Ah, find ich auch ganz witzig. Ah. An eternity of embarrassment. Radiant have fortified their towers. Unstoppable! Ah. Oh. Ah. Okay. Yes. As I wish. Thirsts. Death runs. Let's bury the hatchet. Shatterbolts. Hold. Oh shit man. What? Free Ripple kills. Ist das nicht das Angriffstalent? Ultra kills. Das war definitiv noch eine Möglichkeit gewesen. Wieso geht hier auf den Range Creep los? Yes. Bunch up. I never thought already. Unlucky bind. Hm. Oh Gott, das wird jetzt ein Problem. Oh Gott, das ist ein Problem. Oh Gott, das ist ein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Not so fast. Oh Gott. 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 Ich bin hierher! Attach! Diese Fools attack me! Ha 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 ha... Let's bury that happen! Yes! See you! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, na, ja, 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 ja. So. Hm, gut, ich glaube, Sven ist schon mal nicht hier. Ward auch nicht. Ich würde mal behaupten, wir haben jetzt erst mal freie Fahrt mit zwei Siege-Werbens. Da ist die nächste Lade ein Gold für mich. Ja, und? Was jetzt? Hm. The hell, warum ist der denn da drin? Keine Ahnung. Oh my own, oh my. Oh, oh. Oh my. Oh. 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 Das war's für heute. Das klingt jetzt zwar blöd, aber das letzte Mal kam ich bis bei den Nini Becks. Das war's für heute. 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 Ich hab's früher eingesetzt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute schon. Je mehr Stärke ich zurückschmeiß, desto schneller ich schnipps. Ich schnipps Sniper, wenn er mich angreift. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß. Ich weiß gar nicht. Oh Mann. Faulty Ihr werdet auch in der Harte nicht. Wenn wir mal einen Rehnen komplett hätten, weißt du? Da haben wir nur die Range. So wie hier. Melee stehen beide noch. Hm. So. Und das 90%. Blood shall spatter. A caress. Ah. Shit. Shit. Ah. Alles klar. Alles gut. A new age begins. A new age begins. A new age begins. A new age begins. Look at how the vulnerable die to the. Hmm. Hmm. You. 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 Uh. Shit, meine Passive ist gebrochen gewesen. Komm schon, Mann. Ich kann ihn nicht. Oh, verdammt. Entschuldigung, eine Sekunde und dann bin ich wieder da. So. Das sollte jetzt alles gewesen sein. So, wäre Swiper nicht da gewesen für meine Passive. Dann wäre auch alles gut gewesen. Hm? Hm. 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 Die Aura hätte sehr geholfen. Hm. 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 Das war... Schade, dass ich die vorher nicht hatte. Weil die Aura hätte den... dem Grad... total zerlegt. Hm. Hm. Das wäre nochmal witzig geworden. Ich habe es endlich complete. Yes. Endlich habe ich es complete. Ah, siehste. Siehste. Siehste mal. Ja. Jo. 3.000 Gebäude schon. 17.000 den anderen zugefügt, aber... Pfff. Für meinetwegen. Na gut. Na gut. Na gut. Sonst. Centaur ist nicht dafür da, um viele Kills zu machen. Nur zum Überlegen. Da. Return. Sven. Ah. Okay. Soweit. So gut. Farmed. Nice. Killed. Death. Assist. Also alles gut. Ähm. Hm. 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 Wir sehen uns dann. In die nächste Runde. Ciao. Ciao.